So, wir machen weiter mit der Advancen, der Profi-Variante für Nocturne und die Assassins und da wollte ich einfach nochmal ein bisschen ausführen, dass es natürlich erstens so ist, dass wir viel machen wollen, um im Early-Game möglichst Kills mitzunehmen, aber gleichzeitig ist es halt sehr wichtig, die Loose-Spiegel möglichst lange zu halten. Also auch wirklich nicht irgendwie in der sechsten oder siebten Runde, also in Stage 3, dann plötzlich einzelne Siege mitzunehmen, weil man da dann schon irgendwie ein bisschen geholt hat und Nocturne 2 getroffen hat oder so. Es ist wirklich gut, möglichst lange zu Loose-Spiegel, weil man eben sehr, sehr viel Geld braucht, um Nocturne 3 zu treffen. Also nochmal, wir bauen das auf über am liebsten sowas wie Gragas und Karsix, dann haben wir nämlich schon mal die Assassins und können denen dann einfach unsere ersten Items schon mal geben. Also zum Beispiel würde sich anbieten, dem Karsix einfach in der einfachsten Variante natürlich sowas zu geben wie Infinity Edge und Last Whisper. Das ist natürlich ein super Start, es gibt aber tatsächlich da wirklich viele Varianten, die einfach auch gut sind. Also sagen wir mal, ein Runant und ein Deathblade ist natürlich auch eine schöne Kombination immer, aber im Zweifel können wir auch wirklich einfach mit dem Rageblade anfangen. Der Karsix stirbt nicht so schnell mit dem Dawnbringer-Buff und Rageblade ist auch sehr gut auf Nocturne, weil der lange überlebt. Es gibt noch ein paar Alternativen. Ein weiterer Assessment, den wir häufig früh bekommen, ist natürlich der Pyke. Insofern lohnt es sich also auch, was zu überlegen um den Pyke herum und da bietet sich an, was sowieso natürlich sehr, sehr stark ist im Early Game, die Sentinels. Aber, wie gesagt, mit der Einschränkung, dass wir eigentlich nicht gewinnen wollen, also sagen wir mal, wir haben so eine schwache Sentinels-Variante mit dem Pyke und der Senna. Man kann dann sogar überlegen, auf Level 4 zu gehen und das ist letztlich, was man generell eben sagen muss, auf dem Weg zu einer Nocturne-Komp. Es gibt wirklich viele Wege, die da hinführen. Man muss nur eben, also man kann natürlich am Anfang auch gewinnen, man muss nur aufpassen, dass man am Ende letztlich mit genug Geld rauskommt, um Nocturne auch zu finden. Und insofern ist es natürlich besser, wenn man nicht contested ist. Wenn man contested ist, kann es durchaus auch sich anbieten, einfach zu verzichten und auf Level 3 Nocturne zu verzichten und stattdessen lieber auf Level 8 zu gehen, Volibear und Viego schneller zu finden. Aber wir wollen sozusagen die Grundbedingungen mitnehmen. Also dieses hier wäre zum Beispiel eben auch so ein Setup, womit man erstmal starten könnte, wo man so ein bisschen das Problem hat, dass man hiermit wahrscheinlich noch keine Kills macht. Oder wenige zum Beispiel. Also auch hier bietet es sich dann zum Beispiel an, den Karsix dazu zu packen. Und das ist dann letztlich aber ein ganz ähnliches Setup. Wir haben im Gegensatz zu der Gragas-Karsix-Kombination haben wir jetzt hier das Sentinel-Schild, was uns auch länger am Leben hält. Und die Konsequenz ist eben die gleiche. Wir haben relativ viel Zeit, Kills zu machen. Und die Hoffnung ist dann einfach, dass der Karsix die Kills macht. Wenn jetzt zum Beispiel der Urlaubstufe 2 ist, kann er genauso gut die Items tragen. Und da gibt es dann viele Opening-Varianten, die funktionieren insbesondere auch, weil die Sentinels einfach generell ein gutes Early-Game machen. Also wir können zum Beispiel das einfach auch mit Iraya spielen und dann mit Udyr Skirmisher voll machen. Also da gibt es wirklich viele Varianten. Letztlich tendenziell generell drei Skirmisher Early-Game mit Assassin-Items geht auch sehr, sehr gut. So, das ist die eine Hälfte. Die andere Hälfte ist dann okay. Wir gehen jetzt nur noch auf diese Assassin ein. Wir kriegen also das zusammen, was wir uns wünschen. Wir haben bis 3.5 zum Beispiel eine Loose-Trick, sind bei 35 Lebenspunkten, haben gerade unser Blessing gekriegt. Wunderbar. Wichtig sind dann noch die Radiant-Items. Da bieten sich vor allem wirklich alle an, die Nocturne gut tragen kann. Also ein Runans, eine AFC, einen Deathblade, einen Last Whisper. Die sind einfach alle sehr, sehr gut. Würden wir alles nehmen, wenn wir es bekommen. Und insofern lohnt es sich im Zweifel eben auch, noch einen Slot freizulassen für den Nocturne, um dann da ein Radiant-Item tragen zu können. So, dann sind wir mit meistens natürlich 7 Champions dann oder zu dem Zeitpunkt 6 Champions unterwegs. Gehen dann aber auf 7 hoch und holen uns das hier zusammen. Sobald wir dieses hier getroffen haben, sind wir stark. Haben dann noch irgendwelche Items auf dem Nocturne. Und es gibt dann noch einige Support-Items, die ganz gut funktionieren. Die wollte ich noch schnell mit erwähnen. Anti-Heal auf irgendwas drauf zu haben, ist häufig nicht schlecht. Da lohnt sich zum Beispiel ein Sunfire, was man auch ganz gut im Early-Game bauen kann. Einfach dann auf einem der Revenants, die halt lange stehen. Dann gibt es das Frozen Heart, was auf der Diana sehr, sehr gut ist. Und das ist tatsächlich insbesondere auch in der Radiant-Version sehr, sehr gut, weil es die gegnerischen Carries daran hindert, den Nocturne zu töten. Und ja, insofern, das Frozen Heart auf der Diana ist einfach sehr, sehr gut. Trap Claw kann auch sehr gut sein. Also Banshees Claw, weil es dann dafür sorgt, dass Nocturne von Anfang an eben Schaden machen kann und wichtigerweise direkt gegnerische Carries rausnehmen kann. Wie gesagt, das Assassins-Ding geht auf Fiddlesticks. Der kann im Zweifel dann auch sowas haben wie Jewel Gauntle. Also wenn wir irgendwelche AP-Items haben, die kriegt dann er, damit er noch ein bisschen mehr Damage hat. Ja, aber tendenziell, wie gesagt, geht es darum, drei gute Items auf Nocturne zu haben. Welche auch immer genau das sein mögen und die anderen können so ein bisschen Support-Kram nehmen. Wichtig ist dann noch Positioning. Man versucht mit der Diana gegnerische Carries in der Backline zu kriegen. Also zum Beispiel Heimerdinger Velkos versucht man anzuspringen oder auch Lucian Aphelios. Während Pyke auch ganz gut von der anderen Seite kommen kann, weil man sonst so ein bisschen gebündelt auf den gegnerischen Backline steht und dann das ganze CC auch abkriegt. Insofern kann es ganz gut sein, sich ein bisschen zu verteilen. Und das gilt insbesondere auch für Nocturne und Karsix. Die müssen auch nicht unbedingt auf den anderen Sachen draufstehen. Ein Aspekt noch, Karsix müssen wir nicht spielen. Also wichtig ist darauf zu achten, wir müssen im Prinzip nur vier Assassins spielen. Es sei denn, wir finden Viego und kriegen eine Assassinen-Spatula. Dann wollen wir sechs Assassins spielen. Ansonsten ist über weite Strecken meistens eigentlich vier Assassins besser. Und dann kann man alles Mögliche auffüllen, was einem noch hilft in der Lobby explizit. Also zum Beispiel können wir einfach zwei Mystics mit reinpacken. Man kann auch mal zwei Ironclats reinpacken oder irgendwas, was CC macht. Also da bietet sich alles Mögliche an. Man kann auch zum Beispiel zwei Iverns ganz gut spielen. Da geht alles Mögliche. Wichtig ist, wie gesagt, erstmal einfach die Buffs für den Nocturne, weil alles andere hilft nur Nocturne. Eine Frage, die da am Ende noch so ein bisschen bleibt, ist, wie positioniert man sich? Es gibt zwei Sachen, die man wissen muss. Das erste ist, wenn man hinten steht mit allem, laufen die Gegner ein bisschen raus. Das kann deswegen attraktiv sein, weil sich Gegner gegen Assassinen häufig in die Ecke stellen. Und wir wollen, dass die Diana da hinten reinkommt und tatsächlich die Carries erwischt. Also wenn jetzt hier so ein Knubbel steht, alle stehen zusammen, dann kommt die Diana nicht hinten ran an den Lucien oder den Aphelios oder wie auch immer. Und das ist blöde. Deswegen können wir alles nach hinten stellen. Vielleicht sogar noch die Leute, die nicht am Anfang der Runde springen. Also hier, Fiddle springt jetzt in diesem Fall, Voli und Ivern aber nicht. Wenn wir auf die andere Seite der Map stellen, dann laufen die Gegner möglichst weit raus. Das kann also noch attraktiv sein. Die Alternative ist aber, wenn man noch gerade gegen mehrere Gegner spielt, ist häufig das Wichtigste, dass Volibear und Ivern möglichst viele Leute mit ihrem CC treffen. Mit Daisy, mit dem Stun und mit dem Volibear-Stun. Und dann ist es attraktiv, die beiden vorne an den Rand zu stellen. Denn auch gegen so Knubbel kann das gut sein, weil der Volibear in diesem Fall natürlich zum Beispiel den ganzen Knubbel Stun wird. Und dann ist ja fast ein bisschen egal, dass die Diana nicht alle trifft. Aber ja, es kommt dann tatsächlich erstmal eben darauf an, Nocturne sehr konsequent zu suchen. Man versucht zwar zu slow rollen, auf Level 7 möglichst lange auf 50 Gold zu bleiben und nach und nach nur stärker zu werden. Meistens reicht am Anfang von Stage 4. Da rollen wir auf Level 7. Da sind wir normalerweise auf Level 7. Da haben wir, wie gesagt, dieses Setup ungefähr. Da versuchen wir lange auf 50 Gold zu bleiben, solange wir uns das Lebenspunkt technisch leisten können. Aber wenn es dann eng wird, müssen wir unser ganzes Geld ausgeben, um Nocturne auf 3 zu bringen. Und dann werden wir in Zweifel auch nie Level 8 und Level 9 erreichen. Und wenn wir das jedenfalls... Das Spiel ist insofern halt trivial mit Assassinen, deswegen ist es ganz schön auch zu lernen. Man spielt halt lange auf die Loose-Streak. Dann gibt man kurz sein Geld aus. Also es sind klare Aspekte sozusagen verteilt. Am Anfang achten wir darauf, zu verlieren. Dann geben wir unser Geld aus, den Nocturne zu kriegen. Und der letzte Aspekt ist im Prinzip nur noch Positionierung. Bis zum nächsten Mal. Vielen Dank.